Mahlzeit, lieber Schalker und Schalkerinnen. Ihr alle sagt mal bitteschön lecker Schalke. Sagt mal Schalke. Ja, was war los am Wochenende? Eigentlich nicht viel. DFB-Pokal ist ja leider ausgefallen. Könnte man auch sagen, Gott sei Dank. Sonst hättest du noch Bilder wie dieses gegeben. Oder Tweets wie, ja, jetzt sind wir da. Gewöhnt euch dran. Aber ganz ehrlich, wer würde sowas schon tun? Das müsste ja schon ein echtes Arschloch sein. Ja, was gibt es sonst? Montag, also morgen, 18 Uhr? Nee, bei euch ist ja schon morgen. Also heute, 18 Uhr, sprechen wir dann in der Schalker Botschaft über Schalke. Ist klar. Und wenn ihr Bock habt, ja, dann schaltet einfach dazu. Oder klickt rein. Schalker Botschaft, 18.30 Uhr. Nee, 18 Uhr. Ja, sehen wir uns. Wenn ihr Bock dazu habt. Und naja, vielleicht kriegen wir irgendwann auch mal wieder einen vernünftigen DFB-Pokal zu sehen. Das Turnier. Also den guten Sieger. Tschüss und Glück auf.